Dialog 1 Einkaufen auf dem Wochenmarkt In dieser Unterhaltung sprechen Maria und Tim über ihren Einkauf auf dem Wochenmarkt. Sie tauschen Informationen über ihre Einkaufsliste aus und fragen nach verschiedenen Produkten. Guten Tag, Tim. Wie geht es dir? Hallo, Maria. Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir auch, danke. Ich gehe gleich zum Wochenmarkt einkaufen. Hast du schon deine Einkaufsliste gemacht? Ja, ich habe eine Liste gemacht. Ich brauche Äpfel, Tomaten und Karotten. Wie sieht es bei dir aus? Ich brauche auch Äpfel und Karotten. Hast du gesehen, wo wir sie auf dem Markt finden können? Ja, die Äpfel und Karotten findest du bei dem Obst- und Gemüsestand am Eingang des Marktes. Sie haben immer frische Produkte. Super, danke für die Info. Was steht noch auf deiner Liste? Ich möchte auch frische Eier und etwas Käse kaufen. Hast du eine Ahnung, wo ich sie finden kann? Ja, für Eier musst du zum Bauernstand auf der linken Seite gehen. Der Stand hat immer frische Eier. Und für Käse kannst du zum Käsestand in der Mitte des Marktes gehen. Perfekt, danke für die Hilfe. Ich werde sicher alles finden. Was hast du noch auf deiner Liste? Ich brauche auch noch Brot und Blumen. Weißt du, wo ich sie finden kann? Ja, für Brot kannst du zum Bäckerstand am Ende des Marktes gehen. Die haben immer leckeres frisches Brot. Blumen findest du gleich nebenan bei dem Blumenstand. Das klingt gut. Ich werde demnächst auch zum Bäcker und Blumenstand gehen. Danke für die Tipps. Kein Problem, Maria. Wenn du noch Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung. Vielen Dank, Tim. Das ist sehr nett von dir. Ich freue mich auf meinen Einkauf auf dem Wochenmarkt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Einkaufen, Maria. Bis bald. Bis bald, Tim. Tschüss. Kulinarische Techniken Hallo Max. Welche kulinarischen Techniken magst du am liebsten? Hallo Lisa. Ich finde das Grillen sehr spannend. Es ist eine Technik, bei der das Essen eine leckere, rauchige Note bekommt. Wie ist es mit dir? Ich mag das Braten und Anbraten. Durch die hohe Hitze entsteht eine knusprige Kruste, die den Geschmack des Gerichts verbessert. Das klingt lecker. Welche Art von Gerichten brätst du am liebsten? Ich brate gerne Hähnchen und Gemüse. Die knusprige Textur macht die Gerichte besonders lecker. Das kann ich gut verstehen. Eine andere Technik, die ich gerne verwende, ist das Marinieren. Durch das Einlegen in eine würzige Flüssigkeit wird das Fleisch saftiger und geschmacksintensiver. Das ist eine großartige Idee. Marinieren kann wirklich einen Unterschied machen. Welche Art von Marinade verwendest du am liebsten? Ich mag eine Kombination aus Zitronensaft, Knoblauch und Kräutern. Es verleiht dem Fleisch einen frischen und aromatischen Geschmack. Klingt köstlich. Eine weitere Technik, die ich gerne nutze, ist das Dämpfen. Dadurch bleiben die Nährstoffe im Gemüse erhalten und es behält seine natürliche Farbe und Textur. Das ist eine gesunde Methode, um Gemüse zuzubereiten. Welches Gemüse dämpfst du am liebsten? Ich dämpfe gerne Brokkoli, Karotten und Spargel. Sie behalten ihre Frische und Knackigkeit und schmecken sehr lecker. Das hört sich wirklich gut an. Eine andere Technik, die ich gerne verwende, ist das Backen. Es gibt so viele verschiedene köstliche Backwaren, die man ausprobieren kann. Da stimme ich dir zu. Backen ist eine wunderbare Technik, um süße und herzhafte Leckereien zuzubereiten. Welche Art von Gebäck magst du am liebsten? Ich liebe es, Brot zu backen. Es gibt nichts Besseres als frisch gebackenes Brot mit einer knusprigen Kruste und einem weichen Inneren. Das kann ich mir gut vorstellen. Frisches Brot ist einfach köstlich. Eine weitere Technik, die ich gerne anwende, ist das Einlegen. Durch das Einlegen in Essig oder Öl bekommen die Zutaten einen intensiven Geschmack. Das ist eine interessante Technik. Welche Zutaten legst du am liebsten ein? Ich lege gerne Gurken, Oliven und Paprika ein. Sie werden dadurch besonders aromatisch und passen gut zu vielen Gerichten. Das klingt wirklich lecker. Ich sollte das Einlegen auch einmal ausprobieren. Vielen Dank für den Tipp. Gern geschehen, Max. Es war schön, sich über unsere Lieblingstechniken auszutauschen. Ich freue mich schon darauf, neue Gerichte auszuprobieren. Ich auch, Lisa. Vielleicht können wir uns einmal zum Kochen treffen und unsere kulinarischen Fähigkeiten weiter verbessern. Das klingt großartig. Ich freue mich darauf. Bis bald, Max. Bis bald, Lisa. Viel Spaß beim Kochen und Ausprobieren neuer Techniken. Dialog 3 Traumhafte Weltraummissionen In diesem Gespräch tauschen zwei Personen ihre Träume über Weltraummissionen aus und diskutieren über ihre Vorstellungen und Abenteuerlust. Hey Anna, wie geht's? Hast du schon einmal davon geträumt, an einer Weltraummission teilzunehmen? Hallo Max. Ja, ich träume schon seit meiner Kindheit davon, ins All zu fliegen und das Universum zu erkunden. Es wäre ein unglaubliches Abenteuer. Wie ist es mit dir? Das klingt spannend, Anna. Auch ich hege den Traum, an einer Weltraummission teilzunehmen und neue Planeten zu erforschen. Es wäre faszinierend, andere Welten und Lebensformen zu entdecken. Gibt es einen bestimmten Planeten oder Himmelskörper, den du gerne besuchen würdest? Ja, ich wäre am meisten daran interessiert, den Mars zu erkunden. Es ist der erdhähnlichste Planet in unserem Sonnensystem, und es gibt so viele Geheimnisse, die wir dort entdecken könnten. Wie ist es mit dir, Max? Ich würde gerne den Jupiter und seine Monde erforschen. Jupiter ist der größte Planet und seine Monde könnten möglicherweise Lebensformen beherbergen. Es wäre eine aufregende Mission, um mehr über diese faszinierende Umgebung zu erfahren. Hast du eine Idee, wie man sich auf eine Weltraummission vorbereiten kann? Ein wichtiger Schritt wäre sicherlich die Ausbildung zum Astronauten. Es erfordert körperliche Fitness, Wissen über Raumfahrttechnik und auch Teamwork-Fähigkeiten. Es wäre eine Herausforderung, aber es ist der erste Schritt, um sich auf eine Weltraummission vorzubereiten. Max, wie stellst du dir das Leben im Weltraum vor? Ich denke, das Leben im Weltraum wäre anders als alles, was wir auf der Erde kennen. Es erfordert Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit, in einer isolierten Umgebung zu leben. Es wäre eine einzigartige Erfahrung, die uns helfen würde, die Grenzen des Möglichen zu erweitern. Anna, hast du eine Idee für eine spezielle Weltraummission, die du gerne durchführen möchtest? Ja, ich würde gerne an einer Mission teilnehmen, um nach außerirdischem Leben zu suchen. Es wäre erstaunlich, eine andere intelligente Spezies zu entdecken und mit ihnen zu kommunizieren. Max, hast du einen letzten Tipp für jemanden, der von einer Weltraummission träumt? Mein Tipp wäre, hart zu arbeiten, um sein Wissen und seine Fähigkeiten in Bezug auf Raumfahrt und Wissenschaft zu erweitern. Es ist wichtig, sich Ziele zu setzen und nicht aufzugeben, selbst wenn es schwierig wird. Anna, danke für dieses inspirierende Gespräch. Es war toll, über unsere Träume von Weltraummissionen zu sprechen. Danke dir auch, Max. Es war schön, unsere Weltraumträume zu teilen und sich gegenseitig zu inspirieren. Lass uns weiterhin unseren Wissensdurst über das Universum stillen und unsere Abenteuerlust bewahren. Dialog 4 Zwischen Buchstaben und Bildern In diesem Gespräch teilen Sarah und Lukas ihre Traumvorstellungen von Literaturadaptionen und diskutieren über die faszinierende Verbindung zwischen Büchern und Filmen. Hey Lukas, hast du eine Lieblingsliteraturadaption? Ich finde es immer spannend, zu sehen, wie Bücher auf der Leinwand zum Leben erweckt werden. Ja, definitiv. Eine meiner Favoriten ist, Der Herr der Ringe. Die Filme haben die epische Fantasywelt von J.R.R. Tolkien wunderbar umgesetzt. Oh ja, das ist auch einer meiner Favoriten. Die detaillierte Darstellung von Mitteleerde und die spannende Geschichte fesseln mich immer wieder. Eine andere Literaturadaption, die ich liebe, ist Harry Potter. Die Filme haben die Magie der Bücher wunderbar eingefangen. Absolut. Harry Potter, ist ein Klassiker. Die Filme haben die zauberhafte Welt von J.K.R. Rowling zum Leben erweckt. Eine andere Literaturadaption, die ich gerne sehe, ist, Die Tribute von Panem. Die Filme transportieren die Spannung und das dystopische Setting der Bücher sehr gut. Oh ja, die Tribute von Panem, sind auch meine Favoriten. Die Filme haben mich wirklich mitgerissen. Eine weitere Literaturadaption, die ich empfehlen kann, ist, Der Vorleser. Es ist eine ergreifende Geschichte, die sowohl im Buch als auch im Film große Emotionen hervorruft. Ah, ja, Der Vorleser, ist wirklich berührend. Die Verfilmung hat die Tiefe der Charaktere und die komplexen Themen des Buches gut dargestellt. Eine andere Literaturadaption, die ich gerne sehe, ist, Der kleine Prinz. Es ist ein zeitloses Werk, das sowohl für Kinder als auch für Erwachsene bedeutungsvoll ist. Das hört sich nach einem wunderbaren Film an. Der kleine Prinz, ist eine zeitlose Geschichte mit wichtigen Botschaften. Eine weitere Literaturadaption, die mich fasziniert hat, ist, Stolz und Vorurteil. Die Filme fangen die Eleganz und den Charme des Buches auf eine bezaubernde Weise ein. Oh ja, Stolz und Vorurteil, ist ein Klassiker. Die Verfilmungen haben die Romanze und den sozialen Kontext des Buches gekonnt dargestellt. Eine andere Literaturadaption, die ich empfehlen kann, ist, Die Verwandlung, von Franz Kafka. Es ist eine unheimliche und fesselnde Geschichte, die im Film gut umgesetzt wurde. Ah, ja, Die Verwandlung, ist eine beeindruckende Erzählung. Kafka hat eine einzigartige Atmosphäre geschaffen. Es ist faszinierend zu sehen, wie diese Atmosphäre auch auf der Leinwand zum Ausdruck kommt. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 5 Tierliebe In diesem Gespräch zwischen Lisa und Max tauschen sie ihre Vorlieben für wilde Tiere aus. Sie teilen ihre Lieblingstiere, interessante Fakten und Erlebnisse, die sie mit ihnen hatten. Hallo Max. Ich habe gehört, dass du Tiere magst. Welches ist dein Lieblingstier in der Wildnis? Hey Lisa. Ja. Ich bin ein großer Tierfreund. Mein Lieblingstier ist der Tiger. Ich finde ihre Eleganz und Kraft faszinierend. Wie sieht es bei dir aus? Oh, das ist cool. Mein Lieblingstier ist der Elefant. Sie sind so intelligent und haben eine beeindruckende Familiendynamik. Hast du schon mal ein wildes Tier in freier Wildbahn gesehen? Ja. Ich hatte das Glück, einmal Löwen in Afrika zu beobachten. Es war ein atemberaubendes Erlebnis, sie in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen. Wie ist es mit dir? Ich hatte das Vergnügen, Delfine in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen. Sie sind so verspielt und anmutig. Es war wirklich magisch. Gibt es ein bestimmtes Tier, das du gerne einmal sehen möchtest? Ja. Ich würde gerne einmal einen Gorilla in freier Wildbahn sehen. Sie sind so nah mit uns Menschen verwandt und ihre Stärke ist beeindruckend. Welches Tier möchtest du gerne einmal sehen? Ich träume davon, Wale in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten. Die Vorstellung, diese majestätischen Kreaturen zu sehen, fasziniert mich wirklich. Hast du interessante Fakten über deine Lieblingsstiere? Ja, sicher. Wusstest du, dass Tiger ausgezeichnete Schwimmer sind? Sie können bis zu sechs Kilometer weit schwimmen. Und Elefanten haben ein erstaunliches Gedächtnis und können sich über Jahre hinweg an bestimmte Orte erinnern. Kennst du auch interessante Fakten über Elefanten? Ja, Elefanten haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 60 bis 70 Jahren. Außerdem kommunizieren sie über tiefe Rumpellaute, die sie über große Entfernungen hören können. Ich finde es faszinierend, wie klug sie sind. Hast du jemals ein besonderes Erlebnis mit deinem Lieblingstier gehabt? Ein besonderes Erlebnis hatte ich, als ich eine Giraffe aus nächster Nähe beobachten konnte. Ihre langen Hälse und die Art, wie sie sich bewegen, sind einfach erstaunlich. Es war wie ein Blick in eine andere Welt. Hast du auch ein besonderes Erlebnis mit Elefanten gehabt? Ja, als ich in Thailand war, konnte ich an einem Elefantenreservat teilnehmen und Elefanten füttern und mit ihnen interagieren. Es war eine unglaubliche Erfahrung, ihre sanfte Natur und Intelligenz hautnah zu erleben. Dialog 6 Lieblingsmodemarken In diesem Gespräch teilen zwei Freunde ihre Lieblingsmodemarken und tauschen sich über ihre bevorzugten Einkaufsmöglichkeiten aus. Hey Lisa, ich wollte dich fragen, welche deine Lieblingsmodemarken sind. Wo kaufst du am liebsten ein? Hey Anna, ich habe mehrere Lieblingsmodemarken. Eine meiner Favoriten ist H&M. Sie haben immer aktuelle Trends zu erschwinglichen Preisen. Ja, H&M ist auch eine meiner Favoriten. Ich liebe es, dort nach modischen Kleidungsstücken zu suchen. Gibt es noch andere Marken, die du gerne besuchst? Ja, definitiv. Sarah ist eine weitere meiner Lieblingsmarken. Sie haben eine große Auswahl an Kleidung für verschiedene Anlässe und ihren eigenen einzigartigen Stil. Oh ja, Sarah mag ich auch sehr. Ihre Kollektionen sind immer modern und vielfältig. Wo kaufst du normalerweise ein, wenn du nach Schuhen suchst? Wenn es um Schuhe geht, schaue ich gerne bei Deichmann vorbei. Sie bieten eine große Auswahl an Schuhen für jeden Geschmack und zu guten Preisen. Da stimme ich dir zu, Lisa. Deichmann hat wirklich eine große Auswahl an Schuhen. Ich kaufe auch gerne bei Adidas ein, besonders wenn es um sportliche Schuhe geht. Adidas ist eine großartige Wahl, Anna. Sie haben nicht nur bequeme Sportschuhe, sondern auch stylische Sneaker, die gut zu verschiedenen Outfits passen. Absolut. Eine andere meiner Lieblingsmarken ist Esprit. Ich mag ihre lässigen und dennoch modischen Kleidungsstücke. Wo kaufst du gerne Accessoires wie Taschen und Schmuck? Ich schaue gerne bei Bijou Brigitte nach Accessoires. Sie haben eine große Auswahl an Schmuckstücken und Taschen für jeden Geschmack und Stil. Das klingt toll, Lisa. Bijou Brigitte ist definitiv eine gute Wahl für Accessoires. Gibt es noch andere Marken, die du gerne entdeckst? Ja. Ich mag auch Mango. Ihre Kleidungsstücke sind modern und haben oft feminine Details. Es macht Spaß, dort nach neuen Outfits zu suchen. Mango ist auch eine meiner Lieblingsmarken. Ihre Kollektionen sind immer trendy und haben einen eleganten Touch. Gibt es noch eine Marke, die du empfehlen kannst? Ich kann auch C und A empfehlen. Sie bieten eine gute Auswahl an Kleidung für die ganze Familie zu erschwinglichen Preisen. Es ist ein großartiger Ort, um Basics und Alltagskleidung zu finden. Danke für den Tipp, Lisa. Ich werde auf jeden Fall bei C und A vorbeischauen. Es war toll, unsere Lieblingsmodemarken zu teilen und neue Inspirationen zu bekommen. Auf jeden Fall, Anna. Es ist immer spannend, über Mode zu sprechen und neue Orte zum Einkaufen zu entdecken. Lass uns in Zukunft gemeinsam shoppen gehen. Das klingt super. Ich freue mich schon darauf. Bis bald. Lisa Dialog 7 Lustige Spitznamen aus der Kindheit In diesem Dialog unterhalten sich Lisa und Max über ihre lustigen Spitznamen aus ihrer Kindheit. Sie teilen fröhliche Erinnerungen und lachen über die besonderen Namen, die sie damals hatten. Hey Max, erinnerst du dich an unsere lustigen Spitznamen aus der Kindheit? Das waren wirklich lustige Zeiten, oder? Oh ja, Lisa, es war immer so amüsant, wie wir uns mit unseren Spitznamen gegenseitig aufgezogen haben. Welche erinnerst du dich am meisten? Ich werde nie den Spitznamen vergessen, den du mir gegeben hast, Lachkanone. Immer wenn ich lachte, hast du mich so genannt. Das war wirklich süß von dir. Ja, das war mein Lieblingsspritzname. Du hattest dieses ansteckende Lachen, das uns alle zum Lachen gebracht hat. Es war unmöglich, nicht mitzulachen. Und du hattest den Spitznamen, Turbo Booster. Du warst immer so voller Energie und Tatendrang. Du konntest nie still sitzen. Stimmt, das war mein Markenzeichen. Ich hatte immer so viele Ideen und war ständig in Bewegung. Es hat Spaß gemacht, mit dir all diese Abenteuer zu erleben. Oh ja, das waren wirklich besondere Momente. Erinnerst du dich auch an den Spitznamen, den wir unserer Freundin Laura gegeben haben? Klar erinnere ich mich. Laura wurde von uns liebevoll, Schlafmütze, genannt. Sie konnte überall und jederzeit einschlafen. Sogar bei den ungewöhnlichsten Gelegenheiten. Das war so komisch. Egal ob im Klassenzimmer oder im Park, Laura war immer die Erste, die eingeschlafen ist. Wir haben uns oft darüber lustig gemacht. Gute alte Zeiten. Es ist schön, sich an diese lustigen Spitznamen zu erinnern und wie viel Spaß wir damals zusammen hatten. Die Kindheit ist wirklich eine einzigartige Zeit. Das kann ich nur bestätigen. Unsere Spitznamen haben nicht nur zum Lachen gebracht, sondern auch gezeigt, wie eng wir miteinander verbunden waren. Wahre Freunde bleiben ein Leben lang. Da hast du absolut recht, Maximal. Unsere Kindheitsspitznamen werden immer ein Teil von uns bleiben. Es ist schön, sich daran zu erinnern und gemeinsam darüber zu lachen. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 8 Klassische Musikkomponisten In diesem Gespräch teilen sich Anna und Paul ihre Lieblingsklassikkomponisten. Sie diskutieren die einzigartigen Merkmale und Werke der Komponisten und teilen ihre persönlichen Vorlieben. Hallo Paul. Ich habe bemerkt, dass du ein großer Fan von klassischer Musik bist. Welche Komponisten magst du am liebsten? Hallo Anna. Ja, ich liebe klassische Musik. Einige meiner Lieblingskomponisten sind Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart. Wie ist es bei dir? Das sind großartige Komponisten, Paul. Ich mag auch Beethoven, aber ich bin auch ein großer Fan von Johann Sebastian Bach. Seine Musik hat eine einzigartige Tiefe und Komplexität. Das stimmt, Anna. Bach war ein Genie. Was gefällt dir besonders an seiner Musik? Ich finde, dass Bachs Musik eine unglaubliche emotionale Wirkung hat. Seine Werke sind sowohl technisch anspruchsvoll als auch sehr ausdrucksstark. Das kann ich nur zustimmen, Anna. Ein anderer Komponist, den ich sehr schätze, ist Frédéric Chopin. Seine Klavierkompositionen berühren mich immer auf eine ganz besondere Weise. Chopin ist wunderbar, Paul. Seine Klaviermusik ist so poetisch und romantisch. Welche Stücke von Chopin magst du besonders? Ich liebe seine Nocturnes und auch sein berühmtes Stück, den »Regentropfen Prälud«. Diese Werke haben eine unglaubliche melodische Schönheit. Absolut. Paul, ein weiterer Komponist, den ich gerne höre, ist Franz Schubert. Seine Lieder sind so ergreifend und voller Leidenschaft. Oh ja, Schuberts Lieder sind wirklich bemerkenswert. Seine Fähigkeit, Texte mit Musik zu verbinden und Emotionen zu transportieren, ist beeindruckend. Da hast du recht, Paul. Ich finde es auch faszinierend, wie Schubert es schafft, mit seiner Musik ganze Geschichten zu erzählen. Absolut. Ein weiterer großer Komponist, den ich nicht vergessen darf, ist Johann Strauß. Seine Walzer sind so lebhaft und mitreißend. Ja, Johann Strauß ist ein Klassiker. Seine Walzer bringen einen zum Tanzen und sind immer eine gute Wahl, um gute Laune zu verbreiten. Definitiv, Anna. Die Musik dieser Komponisten hat eine zeitlose Schönheit und beeinflusst bis heute die klassische Musikwelt. Das stimmt, Paul. Es war schön, sich mit dir über unsere Lieblingskomponisten auszutauschen. Es gibt noch so viele weitere großartige Komponisten zu entdecken. Das stimmt, Anna. Wir können uns glücklich schätzen, so eine reiche musikalische Tradition zu haben. Lass uns weiterhin klassische Musik erkunden und genießen. Dialog 9 Lieblingsmodemarken für Accessoires In diesem Gespräch tauschen zwei Personen ihre Lieblingsmodemarken für Accessoires aus und diskutieren, welche Marken sie am meisten inspirieren und begeistern. Hey Lisa, wie geht's? Welche Modemarken sind deine Favoriten, wenn es um Accessoires geht? Hallo Sophie. Ich liebe Accessoires und habe ein paar Lieblingsmarken. Eine meiner Favoriten ist, Mias Schmuckwelt. Sie haben wunderschönen Schmuck, der jedes Outfit aufwertet. Wie ist es mit dir? Das klingt toll. Lisa, ich mag die Marke, Trendy Bags, sehr gerne. Sie haben eine große Auswahl an trendigen Handtaschen und Rucksäcken, die sowohl stylisch als auch praktisch sind. Gibt es noch andere Marken, die du gerne magst? Ja, definitiv. Ich bin auch ein großer Fan von elegante Uhren. Ihre Uhren sind zeitlos und elegant, und sie verleihen jedem Look einen Hauch von Klasse. Wie ist es mit dir, Sophie? Ich finde, Fashionable Heads, super. Ihre Hüte und Mützen sind modisch und vielseitig. Sie sind perfekt, um jedem Outfit einen besonderen Touch zu verleihen. Hast du ein Lieblingsaccessoire aus einer bestimmten Marke? Ja, ich liebe die Statement-Ohrringe von Glamouröse-Ohrringe. Sie sind auffällig und verleihen jedem Look sofort einen Hauch von Glamour. Hast du eine bestimmte Markenempfehlung für Gürtel? Auf jeden Fall. Ich finde, Stylish Belz, großartig. Sie haben eine breite Palette an stilvollen und hochwertigen Gürteln, die jedes Outfit perfekt ergänzen. Gibt es eine Marke, die dich besonders inspiriert? Ich lasse mich oft von Creative Accessories inspirieren. Sie bieten einzigartige und kreative Accessoires, die meine eigene Kreativität anregen. Hast du einen Tipp, wie man Accessoires am besten in Outfits integriert? Ja, Lisa. Mein Tipp ist, Accessoires gezielt einzusetzen und auf das Gesamtbild des Outfits abzustimmen. Manchmal kann ein einfacher Schal oder eine Tasche den Look komplett verändern. Lisa, hast du eine Lieblingsmarke für Sonnenbrillen? Ja, ich liebe, Sunny Shades. Sie haben eine große Auswahl an stylischen Sonnenbrillen, die nicht nur schützen, sondern auch modisch aussehen. Sophie, hast du eine letzte Markenempfehlung für Schmuck? Ich finde, Schick Jewelry, großartig. Ihre Schmuckstücke sind modern und erschwinglich und sie bieten eine Vielzahl von Stilen für jeden Geschmack. Lisa, danke für diesen inspirierenden Austausch über unsere Lieblingsmodemarken für Accessoires. Danke dir auch, Sophie. Es war toll, unsere Vorlieben zu teilen und sich gegenseitig zu inspirieren. Lass uns weiterhin nach neuen Accessoires suchen und unsere Outfits aufpeppen. Dialog 10 Die Kunst des Geschichtenerzählens In diesem Gespräch zwischen Anna und Max tauschen sie ihre Lieblingstechniken des Geschichtenerzählens aus. Sie diskutieren verschiedene Aspekte wie Spannung, Charakterentwicklung und den Einsatz von Bildern. Das Gespräch soll die Deutschlernenden dazu ermutigen, über die Macht der Geschichten nachzudenken und verschiedene Techniken des Geschichtenerzählens zu erkunden. Hallo Max, hast du eine bevorzugte Technik, um eine Geschichte spannend zu machen? Auf jeden Fall. Ich finde es spannend, wenn die Geschichte mit einer überraschenden Wendung beginnt. So kann man sofort in die Geschichte hineingezogen werden. Und du? Ich mag es, wenn die Hauptfigur eine Herausforderung überwinden muss. Das schafft Spannung und lässt mich mitfiebern. Wie entwickelst du normalerweise deine Charaktere weiter? Ich versuche, meinen Charakteren eine starke Persönlichkeit zu geben und sie im Laufe der Geschichte zu verändern oder zu wachsen zu lassen. Das macht sie für mich und den Leser interessanter. Wie gehst du mit der Charakterentwicklung um? Ich finde es wichtig, dass die Charaktere vielschichtig sind und sich im Laufe der Geschichte entwickeln. Ich lasse sie manchmal auch unerwartete Entscheidungen treffen, um die Leser zu überraschen. Was denkst du über den Einsatz von Bildern in Geschichten? Ich denke, Bilder können eine Geschichte lebendiger machen und dem Leser helfen, sich besser in die Szene hinein zu versetzen. Sie können die Atmosphäre und die Emotionen verstärken. Verwendest du auch Bilder in deinen Geschichten? Ja, definitiv. Bilder können die Vorstellungskraft des Lesers anregen und das Lesen noch fesselnder machen. Ich achte darauf, dass die Beschreibungen detailliert sind, um eine lebendige visuelle Erfahrung zu schaffen. Welche Art von Geschichten liest du am liebsten? Ich mag verschiedene Genres, aber Abenteuergeschichten und Krimis fesseln mich besonders. Wie ist es bei dir? Ich lese gerne Fantasygeschichten, da sie mich in eine ganz andere Welt entführen. Ich liebe es, in fremde Welten einzutauchen und fantastische Wesen zu treffen. Gibt es einen bestimmten Autor, dessen Geschichten du besonders magst? Ich bin ein großer Fan von J.K. Rowling und ihren Harry-Potter-Büchern. Ihre Geschichten haben eine unglaubliche Fantasie und ihre Charaktere sind so lebendig. Wie sieht es bei dir aus? Ich bewundere die Werke von Tolkien. Seine Geschichten sind so detailreich und seine Welten sind unglaublich gut ausgearbeitet. Hast du schon einmal selbst eine Geschichte geschrieben? Ja, ich habe ein paar Kurzgeschichten geschrieben. Es macht Spaß, eigene Welten und Charaktere zu erschaffen. Wie sieht es bei dir aus? Ich schreibe auch gerne Geschichten. Es ist eine großartige Möglichkeit, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Vielleicht sollten wir uns gegenseitig unsere Geschichten zeigen und Feedback geben. Das klingt nach einer tollen Idee. Ich bin gespannt, deine Geschichten zu lesen und dir meine zu zeigen. Lass uns das auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall. Es wird interessant sein, unsere Ideen auszutauschen und uns gegenseitig zu inspirieren. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 11 Fit und aktiv In dieser Unterhaltung zwischen Anna und Markus sprechen sie über ihre Lieblingstrainingsgeräte. Sie teilen ihre Vorlieben und Erfahrungen und motivieren sich gegenseitig, aktiv zu bleiben. Hallo Markus, was ist dein Lieblingstrainingsgerät? Hallo Anna, ich trainiere gerne mit Kurzhanteln. Sie sind vielseitig einsetzbar und ermöglichen es mir, verschiedene Muskelgruppen zu trainieren. Wie sieht es bei dir aus? Ich mag es, auf dem Heimtrainer zu trainieren. Es ist bequem und ich kann es zu Hause machen, auch wenn das Wetter schlecht ist. Das ist eine gute Wahl, Anna. Der Heimtrainer ist ideal, um Ausdauer und Cardio zu verbessern. Trainierst du auch andere Muskelgruppen? Ja, ich mache auch gerne Bodyweight-Übungen wie Liegestütze und Kniebeugen. Es ist praktisch, weil ich dafür kein zusätzliches Equipment benötige. Das ist klasse, Anna. Bodyweight-Übungen sind effektiv und man kann sie überall machen. Hast du schon mal TRX-Bänder ausprobiert? Ja, ich habe sie ausprobiert und finde sie super. Sie bieten eine Herausforderung für den ganzen Körper und man kann sie einfach anpassen. Das stimmt, Anna. TRX-Bänder sind eine großartige Ergänzung für das Training. Ich habe auch eine Vorliebe für Kettlebells. Mit ihnen kann man Kraft und Ausdauer trainieren. Das klingt interessant, Markus. Ich habe gehört, dass Kettlebell-Übungen den ganzen Körper beanspruchen. Gibt es eine bestimmte Übung, die du besonders magst? Ja, ich mag Kettlebell-Swings. Sie sind großartig, um die Gesäßmuskulatur und die Beine zu stärken. Hast du schon einmal mit Fitnessbändern trainiert? Ja, ich habe sie ausprobiert und finde sie toll, um den Widerstand zu erhöhen und verschiedene Muskelgruppen zu trainieren. Wie sieht es mit Langhanteln aus? Langhanteln sind auch großartig, um Kraft aufzubauen. Ich mache gerne Kniebeugen und Kreuzheben damit. Es ist wichtig, die richtige Technik zu beherrschen. Da gebe ich dir recht, Markus. Die richtige Technik ist entscheidend, um Verletzungen zu vermeiden. Ich denke, es ist wichtig, abwechslungsreich zu trainieren, um den Körper herauszufordern. Absolut. Anna, Abwechslung hält das Training interessant und sorgt für Fortschritte. Hast du noch andere Trainingsgeräte, die du gerne benutzt? Ich mag auch Gymnastikbälle. Sie helfen mir, meine Balance und Stabilität zu verbessern. Es gibt so viele Möglichkeiten, sie in das Training einzubeziehen. Das ist toll, Anna. Gymnastikbälle sind vielseitig einsetzbar und können das Training auf eine neue Ebene bringen. Ich bin motiviert, weiterhin aktiv zu bleiben und neue Geräte auszuprobieren. Das höre ich gerne, Markus. Es ist schön, dass wir unsere Fitnessinteressen teilen. Lasst uns weiterhin fit und aktiv bleiben. Auf jeden Fall, Anna. Gemeinsam können wir uns gegenseitig motivieren. Danke für das inspirierende Gespräch. Weiterhin viel Spaß beim Training. Gern geschehen, Markus. Viel Erfolg bei deinen Trainingseinheiten. Tschüss und bis bald. Tschüss, Anna. Bleib aktiv und bis bald. Dialog 12 Ein Zuhause am Traumort. In diesem Gespräch zwischen Emma und Paul geht es um ihre Traumstandorte für ein zukünftiges Zuhause. Sie diskutieren ihre Vorlieben und teilen ihre Visionen für den idealen Wohnort. Hey, Paul. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, an welchem Ort du gerne leben würdest? Auf jeden Fall, Emma. Ich träume von einem Zuhause in den Bergen. Ich liebe die Natur und die Ruhe, die in den Bergen zu finden ist. Wie wäre es mit dir? Das klingt wunderbar, Paul. Ich dagegen träume von einem Zuhause am Meer. Ich liebe den Klang der Wellen und die frische Meeresluft. Es wäre so entspannend, jeden Tag den Blick auf das Meer zu haben. Das kann ich mir gut vorstellen, Emma. Die Meeresbrise und der Blick auf das Wasser sind wirklich beruhigend. Welche Art von Küste ziehst du vor? Sandstrände oder felsige Küsten? Ich mag beides, aber ich denke, ich würde mich für Sandstrände entscheiden. Es wäre schön, barfuß im Sand zu spazieren und das Gefühl von warmem Sand zwischen den Zehen zu haben. Wie wäre es mit dir, Paul? Ich kann mich nicht entscheiden. Sowohl sandige als auch felsige Küsten haben ihren eigenen Charme. Ich denke, ich würde gerne an einem Ort mit abwechslungsreicher Küstenlandschaft leben, wo ich beides genießen kann. Das klingt nach einem guten Plan, Paul. Ein Ort mit abwechslungsreicher Natur bietet viele Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten. Gibt es noch andere Merkmale, die du für deinen Traumort bevorzugst? Ja, definitiv. Ich liebe es, in den Bergen zu wandern. Also wäre es großartig, wenn es in der Nähe Wanderwege gibt. Außerdem wäre eine ruhige Umgebung wichtig für mich, um dem hektischen Stadtleben zu entfliehen. Das verstehe ich. Eine ruhige Umgebung ist entscheidend, um sich zu entspannen und die Natur zu genießen. Ich wünsche mir auch eine Gemeinschaft mit freundlichen Nachbarn und einem Gefühl von Zusammengehörigkeit. Das ist eine gute Idee, Emma. Eine freundliche Gemeinschaft kann das Wohnen noch angenehmer machen. Gibt es noch andere Kriterien, die du für deinen Traumort hast? Das klingt spannend, Emma. Ich mag auch kulturelle Vielfalt und Kunst. Es wäre toll, an einem Ort zu leben, der regelmäßig kulturelle Veranstaltungen und Festivals bietet. Absolut. Paul, ein Ort mit einem lebendigen kulturellen Leben kann uns inspirieren und uns neue Perspektiven geben. Ich denke, wir haben ähnliche Vorstellungen von unserem Traumort. Da stimme ich dir zu, Emma. Es war schön, unsere Träume für den idealen Wohnort zu teilen. Vielleicht können wir eines Tages unsere Träume wahr werden lassen. Auf jeden Fall, Paul. Lass uns weiterhin über unsere Träume sprechen und sie verfolgen. Vielleicht finden wir irgendwann unseren perfekten Ort. Dialog 13 Ein unvergesslicher Urlaub. In dieser Unterhaltung sprechen Anna und Max über ihre unvergesslichen Urlaubserlebnisse und teilen ihre spannenden Reiseerlebnisse. Hallo Max. Hast du schon einmal einen unvergesslichen Urlaub erlebt? Ja, definitiv. Ein unvergesslicher Urlaub für mich war vor zwei Jahren, als ich nach Italien gereist bin. Ich habe eine Woche in Rom verbracht und es war unglaublich. Oh. Rom. Das klingt fantastisch. Was hat diesen Urlaub so unvergesslich gemacht? Es war einfach die perfekte Kombination aus Kultur, Geschichte und köstlichem Essen. Ich habe das Kolosseum besichtigt, durch die engen Gassen der Altstadt geschlendert und natürlich viele leckere italienische Gerichte probiert. Das klingt nach einer wunderbaren Erfahrung. Hast du noch weitere unvergessliche Reisen gemacht? Ja, definitiv. Ein weiterer unvergesslicher Urlaub war meine Reise nach Thailand. Die Strände dort waren einfach atemberaubend. Ich habe viele Stunden damit verbracht, im klaren blauen Wasser zu schwimmen und den weißen Sandstränden zu entspannen. Thailand steht auch auf meiner Liste der zu Besuchenden Orte. Ich habe gehört, dass die Natur dort beeindruckend ist. Welche Aktivitäten hast du dort gemacht? Ich habe eine Bootstour zu den Fifi-Inseln gemacht und auch den Kausog-Nationalpark besucht. Dort habe ich eine Übernachtung in einem schwimmenden Bungalow auf dem See erlebt. Es war ein Abenteuer, das ich nie vergessen werde. Das klingt nach einer aufregenden Reise. Ich habe auch eine unvergessliche Reiseerfahrung zu teilen. Vor einigen Jahren war ich in Island und habe die Geysire und Wasserfälle besichtigt. Die Natur dort war einfach beeindruckend. Island steht auch auf meiner Reiseliste. Wie war es, die Naturwunder von Island zu erleben? Es war unglaublich. Ich habe den berühmten Geyser Strokkur gesehen, der regelmäßig Wasserfontänen in die Luft spritzt, und den atemberaubenden Wasserfall Gullfoss. Die Landschaft war so anders als alles, was ich je zuvor gesehen hatte. Das klingt nach einem unvergesslichen Abenteuer. Hast du noch weitere unvergessliche Reisen gemacht? Ja. Ein weiterer unvergesslicher Urlaub war meine Reise nach Neuseeland. Die Landschaft dort war einfach atemberaubend. Ich habe die beeindruckenden Fjorde, grünen Hügel und die Gastfreundschaft der einheimischen Genossen. Neuseeland steht auch auf meiner Liste. Ich kann mir vorstellen, wie schön es dort sein muss. Ich hoffe, ich kann bald dorthin reisen und meine eigenen unvergesslichen Erinnerungen sammeln. Ich bin sicher. Du wirst eine fantastische Zeit haben. Es gibt so viele wunderbare Orte auf der Welt, die darauf warten, entdeckt zu werden. Absolut. Ich freue mich schon darauf, weitere unvergessliche Abenteuer zu erleben. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 14 Lieblingsmaltechniken In diesem Gespräch teilen zwei Personen ihre Lieblingsmaltechniken und tauschen sich über ihre Vorlieben und Erfahrungen beim Malen aus. Hallo Laura. Wie geht es dir? Welche Maltechniken magst du am liebsten? Hallo Sophie. Ich liebe es, mit Aquarellfarben zu malen. Die Transparenz und Leichtigkeit dieser Technik faszinieren mich. Wie ist es mit dir? Das klingt toll, Laura. Ich arbeite gerne mit Acrylfarben. Ich mag die lebendigen Farben und die Möglichkeit, Schichten aufzubauen. Gibt es eine spezielle Technik, die du gerne ausprobieren möchtest? Ja. Ich würde gerne die Ölmalerei ausprobieren. Die Textur und die Möglichkeiten, die man damit erreichen kann, reizen mich. Sophie, hast du einen Tipp für jemanden, der gerade erst mit dem Malen beginnt? Mein Tipp wäre, einfach anzufangen und den Prozess zu genießen. Experimentiere mit verschiedenen Techniken und Materialien und entdecke, was dir am besten gefällt. Laura, hast du eine bevorzugte Farbpalette oder eine besondere Farbkombination, die du gerne verwendest? Ja, ich liebe die Kombination von Blautönen und Grüntönen. Sie erzeugen eine beruhigende und harmonische Atmosphäre in meinen Bildern. Sophie, welche Art von Motiven malst du am liebsten? Ich male gerne Landschaften und abstrakte Kunst. Die Natur und die Möglichkeiten der Abstraktion inspirieren mich. Laura, hast du eine besondere Erinnerung oder ein besonderes Bild, das du mit einer bestimmten Technik erstellt hast? Ja, ich erinnere mich an ein Bild, das ich mit Aquarellfarben von einem Sonnenuntergang gemalt habe. Die Transparenz der Farben hat die Atmosphäre des Moments perfekt eingefangen. Sophie, danke für dieses inspirierende Gespräch. Es war toll, über unsere Lieblingsmaltechniken zu sprechen. Danke dir auch, Laura. Es war schön, unsere künstlerischen Vorlieben zu teilen und sich gegenseitig zu inspirieren. Lass uns weiterhin kreativ sein und neue Techniken entdecken. Dialog 15 Die Lieblingscomicserien In diesem Gespräch zwischen Lisa und Tim teilen sie ihre Begeisterung für Comicserien und tauschen ihre Lieblingsgeschichten aus. Sie diskutieren über ihre bevorzugten Charaktere, Handlungsstränge und was sie an Comics fasziniert. Hey Tim, ich habe gehört, du bist ein großer Fan von Comics. Welche ist deine Lieblingscomicserie? Hallo Lisa, ja, ich liebe Comics. Meine absolute Lieblingscomicserie ist, Spider-Man. Ich mag die Abenteuer von Peter Parker und wie er sich mit seinen Spinnenkräften gegen Bösewichte stellt. Wie sieht es bei dir aus? Hast du eine Lieblingscomicserie? Oh ja, Spider-Man ist auch großartig. Aber meine Lieblingscomicserie ist, Asterix und Obelix. Ich liebe die humorvollen Abenteuer der gallischen Helden und ihre Freundschaft. Es ist immer so lustig zu sehen, wie sie sich gegen die römischen Legionäre behaupten. Was gefällt dir besonders an Comics, Tim? Mir gefällt, dass Comics fantastische Geschichten erzählen und gleichzeitig visuell ansprechend sind. Die Kombination aus Text und Bildern macht das Lesen zu einem einzigartigen Erlebnis. Außerdem finde ich die Vielfalt der Charaktere und die verschiedenen Universen in den Comics faszinierend. Hast du noch andere Comics-Serien, die du empfehlen kannst, Lisa? Ja, auf jeden Fall. Eine weitere meiner Lieblingscomicserien ist, Calvin und Hobbes. Es handelt von einem einfallsreichen kleinen Jungen namens Calvin und seinem Stofftiger Hobbes, der in seiner Vorstellung lebendig wird. Die Geschichten sind lustig und haben oft eine tiefere Bedeutung. Hast du schon von dieser Serie gehört, Tim? Ja, Calvin und Hobbes kenne ich. Das ist wirklich eine großartige Comics-Serie. Die Abenteuer von Calvin und Hobbes sind so kreativ und die Zeichnungen sind fantastisch. Ich finde es toll, wie sie uns zum Nachdenken bringen und gleichzeitig zum Lachen bringen. Gibt es bestimmte Charaktere in den Comics, die du besonders magst, Lisa? Definitiv. Neben Asterix und Obelix mag ich auch den Charakter Wolverine aus der X-Men-Serie. Seine Krallen und Selbstheilungskräfte machen ihn zu einem faszinierenden Helden. Außerdem mag ich Harley Quinn aus der Batman-Serie. Ihre freche und verrückte Art macht sie zu einer einzigartigen Figur. Hast du eine Lieblingsfigur, Tim? Das ist schwer zu sagen, es gibt so viele großartige Charaktere. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wohl Iron Man wählen. Tony Stark ist ein brillanter Erfinder und seine Hightech-Rüstung ist einfach cool. Ich mag auch seinen sarkastischen Humor. Es ist erstaunlich, wie sich diese Charaktere im Laufe der Jahre entwickelt haben. Wir könnten stundenlang über Comics sprechen, Lisa. Da hast du recht, Tim. Comics sind eine endlose Quelle der Unterhaltung und Inspiration. Es ist toll, dass wir unsere Lieblings-Comics-Serien teilen können. Vielleicht können wir uns mal treffen und gemeinsam einige Comics lesen. Das klingt super. Ich freue mich darauf, mehr über deine Lieblingsgeschichten zu erfahren und unsere Begeisterung für Comics zu teilen. Es ist schön, jemanden zu haben, mit dem man über Comics sprechen kann. Lass uns einen Termin vereinbaren. Dialog 16 Traumhafte Dokumentarfilm-Themen In diesem Gespräch teilen zwei Personen ihre Traumthemen für Dokumentarfilme und diskutieren über ihre Leidenschaft für dieses Film-Genre. Hallo Max, wie geht es dir? Hast du ein Traumthema für einen Dokumentarfilm? Hallo Anna. Ja. Ich habe schon immer davon geträumt, einen Dokumentarfilm über die Erforschung des Weltraums zu machen. Das Universum und die Sterne faszinieren mich unglaublich. Wie sieht es bei dir aus? Das klingt spannend, Max. Mein Traumthema wäre eine Dokumentation über den Klimawandel und nachhaltige Lösungen. Es ist ein wichtiges Thema, das uns alle betrifft. Gibt es einen bestimmten Ort oder eine Situation, die du gerne in einem Dokumentarfilm festhalten möchtest? Ja. Ich träume davon, eine Dokumentation über die Antarktis zu drehen. Die unberührte Natur und die Auswirkungen des Klimawandels dort wären faszinierend zu erforschen. Anna, hast du einen Tipp für jemanden, der einen Dokumentarfilm machen möchte? Mein Tipp wäre, ein Thema zu wählen, das einem persönlich am Herzen liegt und bei dem man eine starke Botschaft vermitteln möchte. Es ist wichtig, gründliche Recherchen durchzuführen und verschiedene Perspektiven einzubeziehen. Max, hast du eine bevorzugte Art der Dokumentation oder einen Lieblingsdokumentarfilmer? Ich mag gerne naturbezogene Dokumentationen, insbesondere solche, die das Verhalten von Tieren erforschen. Mein Lieblingsdokumentarfilmer ist David Attenborough. Seine Stimme und seine Art, komplexe Themen einfach zu erklären, finde ich beeindruckend. Anna, welche Aspekte des Dokumentarfilms faszinieren dich am meisten? Mich fasziniert die Möglichkeit, durch Dokumentarfilme die Welt um uns herum zu entdecken und die Geschichten von Menschen aus verschiedenen Kulturen zu hören. Ich liebe es, von realen Ereignissen und Erfahrungen zu lernen. Max, hast du eine besondere Erinnerung an eine Dokumentation, die du gesehen hast? Ja, ich erinnere mich an eine Dokumentation über die Tiermigration in Afrika. Die Aufnahmen waren atemberaubend und es war faszinierend zu sehen, wie Tiere über weite Strecken wandern. Anna, danke für dieses inspirierende Gespräch. Es war toll, über unsere Traumthemen für Dokumentarfilme zu sprechen. Danke dir auch, Max. Es war schön, unsere Begeisterung für Dokumentarfilme zu teilen und sich gegenseitig zu inspirieren. Lass uns weiterhin neue Geschichten entdecken und mit unseren Filmen die Welt verändern. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 17 Kunstgalerien entdecken In diesem Gespräch erkunden Lisa und Max ihre Lieblingskunstgalerien. Sie tauschen Empfehlungen aus und teilen ihre Begeisterung für verschiedene Kunstrichtungen und Ausstellungen. Hey Max, hast du eine Lieblingskunstgalerie, die du gerne besuchst? Hey Lisa, ja, ich mag die Galerie, Kunst und Kultur, sehr gerne. Sie hat eine vielfältige Sammlung zeitgenössischer Kunstwerke und organisiert regelmäßig spannende Ausstellungen. Wie sieht es bei dir aus? Das klingt interessant, Max. Ich besuche gerne die Galerie, kunstreich. Sie hat einen Schwerpunkt auf abstrakter Kunst und zeigt Werke von aufstrebenden Künstlern. Ich finde es faszinierend, wie die Kunstwerke verschiedene Emotionen auslösen können. Das kann ich nur zustimmen, Lisa. Kunst hat die Kraft, uns zu berühren und neue Perspektiven zu eröffnen. Gibt es eine bestimmte Ausstellung, die du besonders beeindruckend fandest? Ja. Vor einigen Monaten gab es eine Ausstellung namens Farbexplosion. Die Künstlerin hat mit leuchtenden Farben und dynamischen Formen gearbeitet. Es war wie ein Feuerwerk für die Augen. Das hört sich großartig an, Lisa. Ich erinnere mich an eine Ausstellung mit dem Titel, Spiegel der Seele. Dort wurden Porträts ausgestellt, die die Emotionen der abgebildeten Personen auf beeindruckende Weise eingefangen haben. Das klingt sehr eindrucksvoll, Maximal. Kunst kann wirklich unsere innersten Gefühle zum Ausdruck bringen. Hast du auch schon einmal eine Galerie besucht, die sich auf klassische Kunstwerke spezialisiert? Ja, ich war vor kurzem in der Galerie, klassische Meisterwerke. Sie präsentiert Gemälde und Skulpturen bekannter Künstler vergangener Epochen. Es war beeindruckend, die Detailgenauigkeit und die Handwerkskunst in den Werken zu sehen. Das klingt nach einer wunderbaren Erfahrung, Maximal. Es ist faszinierend, wie die Kunst über die Jahrhunderte hinweg inspiriert und bewegt. Gibt es eine bestimmte Kunstrichtung, die dich besonders anspricht? Ich interessiere mich sehr für moderne Kunst, Lisa. Ich mag es, wie moderne Künstler neue Techniken und Materialien einsetzen, um ihre Visionen zum Leben zu erwecken. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin auch ein Fan der modernen Kunst. Maximal, die kreative Nutzung verschiedener Medien und die Möglichkeit, mit unkonventionellen Materialien zu experimentieren, beeindrucken mich immer wieder. Hast du noch eine Galerie, die du empfehlen kannst? Absolut, Lisa. Ich kann die Galerie, Kunstwerkstatt, empfehlen. Dort werden regelmäßig Workshops und interaktive Ausstellungen angeboten. Es ist eine großartige Möglichkeit, selbst kreativ zu werden und die Kunst hautnah zu erleben. Das klingt nach einer spannenden Galerie. Maximal. Ich werde sie auf meine Liste setzen. Vielen Dank für den Tipp. Gern geschehen, Lisa. Lass uns weiterhin unsere Leidenschaft für Kunst und Galerien teilen und neue Entdeckungen machen. Auf jeden Fall, Max. Es war schön, mit dir über unsere Lieblingskunstgalerien zu sprechen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald, Lisa. Viel Spaß beim Erkunden neuer Kunstwelten. Dialog 18 Lesetipps für Bücherwürmer In diesem Dialog unterhalten sich Julia und Tim über ihre Lieblingsbücher und empfehlen sich gegenseitig spannende Lektüre. Sie tauschen ihre Eindrücke, Genres und Autoren aus und teilen ihre Leidenschaft für das Lesen. Hallo Tim. Ich habe gehört, du bist ein echter Bücherwurm. Kannst du mir ein gutes Buch empfehlen? Oh ja. Julia, ich liebe es zu lesen. Hast du ein bestimmtes Genre im Sinn? Ich mag Abenteuergeschichten und Fantasy. Was könntest du da empfehlen? Dann ist, die Schatzinsel, von Robert Louis Stevenson perfekt für dich. Es ist ein spannender Abenteuerroman mit einer fesselnden Handlung und tollen Charakteren. Das klingt wirklich interessant. Ich werde, die Schatzinsel, definitiv lesen. Kennst du auch gute Fantasy-Bücher? Absolut. Eine Empfehlung wäre, Harry Potter und der Stein der Weisen, von J. K. Rowling. Es ist der Auftakt zu einer magischen Serie, die dich in eine fantastische Welt entführt. Harry Potter, habe ich schon oft gehört, aber ich habe es noch nie gelesen. Das werde ich jetzt ändern. Gibt es noch andere Bücher, die du empfehlen kannst? Wenn du historische Romane magst, dann solltest du, Die Säulen der Erde, von Ken Follett lesen. Es ist ein fesselnder Roman über den Bau einer Kathedrale im Mittelalter. Das klingt nach einer interessanten Geschichte. Ich mag historische Romane. Danke für den Tipp. Tim, hast du auch ein Lieblingsbuch, das du empfehlen kannst? Oh ja, mein absolutes Lieblingsbuch ist, Der Alchemist, von Paolo Coelho. Es ist ein inspirierender Roman über die Suche nach dem eigenen Lebensweg und den Sinn des Lebens. Der Alchemist hört sich wirklich schön an. Ich werde es definitiv auf meine Leseliste setzen. Danke für deine tollen Empfehlungen, Tim. Gern geschehen, Julia. Ich freue mich, dass ich dir helfen konnte. Es ist immer schön, Bücher mit anderen zu teilen und über gemeinsame Leseerlebnisse zu sprechen. Viel Spaß beim Lesen. Da hast du absolut recht, Tim. Das Lesen verbindet uns auf besondere Weise. Ich kann es kaum erwarten, mit den Büchern zu beginnen. Nochmals vielen Dank für deine Tipps. Dialog 19 Musikfestivals, die wir besucht haben In diesem Gespräch teilen Lisa und Max ihre Erfahrungen über ihre Lieblingsmusikfestivals, die sie besucht haben. Sie sprechen über verschiedene Festivals und die besonderen Momente, die sie dort erlebt haben. Hey Max! Hast du ein Lieblingsmusikfestival, das du besucht hast? Ja, Lisa. Ich war auf dem Sunshine Festival und es war unglaublich. Die Atmosphäre war fantastisch. Oh, das klingt toll, Max. Ich war auf dem Harmony Festival und es war auch eine großartige Erfahrung. Erzähl mir mehr darüber, Lisa. Was hat das Harmony Festival so besonders gemacht? Das Harmony Festival hatte eine große Auswahl an Musikgenres. Ich habe viele meiner Lieblingskünstler live gesehen und es war einfach magisch. Das klingt nach einem großartigen Line-Up, Lisa. Wie war die Stimmung dort? Die Stimmung war unglaublich. Jeder war so positiv und energiegeladen. Es war wie eine große musikalische Familie. Das ist wunderbar, Lisa. Bei welchem anderen Festival warst du noch? Ich war auch auf dem Rhythms Festival. Es war ein kleineres Festival, aber die Intimität und die Nähe zu den Künstlern haben es zu einem besonderen Erlebnis gemacht. Das hört sich wirklich cool an, Lisa. Gab es ein bestimmtes Highlight auf dem Rhythms Festival? Auf jeden Fall, Max. Es gab eine spontane Jam-Session zwischen verschiedenen Musikern auf der Bühne. Es war ein einzigartiges Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Das klingt nach einer erstaunlichen Erfahrung, Lisa. Ich war auch auf dem Beat Street Festival und es war ein echtes Highlight für mich. Was hat das Beat Street Festival so besonders gemacht, Max? Das Beat Street Festival hatte eine Mischung aus bekannten und aufstrebenden Künstlern. Die Atmosphäre war sehr lebendig und ich habe viele neue Musikrichtungen entdeckt. Das klingt aufregend, Max. Gibt es ein bestimmtes Musikfestival, das du unbedingt besuchen möchtest? Ich träume davon, zum Sonic Waves Festival zu gehen. Es ist bekannt für seine elektronische Musik und visuellen Effekte. Es muss erstaunlich sein. Oh ja, das habe ich auch gehört, Max. Ich würde gerne das Cultural Beats Festival besuchen, da es verschiedene Kulturen und Musikstile feiert. Das klingt faszinierend, Lisa. Lass uns hoffen, dass wir diese Festivals in Zukunft besuchen können. Absolut, Max. Die Welt der Musikfestivals bietet so viele einzigartige Erlebnisse, die wir nicht missen möchten. Da stimme ich dir vollkommen zu, Lisa. Musikfestivals sind einfach magisch. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht, es zu liken und zu abonnieren. Tschüss. Jubel Gustatt zu علique Die Welt der Musikfestivals move wurde unter Absolut in die Welt über